Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Ich liebe T-Shirts und Sweatshirts mit einem knackigen Spruch, einem Wort oder einem Symbol, das man gegenüber auffällt. Wo Menschen nochmal hinschauen und vielleicht darüber nachdenken oder schmunzeln oder sogar mit mir darüber ins Gespräch kommen. Mit dem T-Shirt geliebt, für immer glücklich, klappt das perfekt. Letzte Woche gerade wieder. Ich war beim Augenoptiker und die Optikerin machte den Sehtest und sagte, oh, was haben Sie denn da für ein schönes T-Shirt? Und wir kamen ins Gespräch über das große Geliebt auf meinem T-Shirt. Am vergangenen Freitag hatte ich freundlichen Besuch. Es klingelte an der Tür und es waren zwei Damen von den Zeugen Jehovas da. Lange nicht mehr da gewesen. Und sie wollten schon loslegen. Da sagte ich zu ihnen, halt, stopp, ich weiß Bescheid. Ich bin selber Christin und von daher brauchen sie mir gar nicht viel zu erzählen. Und plötzlich sagte eine von den Damen, oh, Sie haben aber ein schönes T-Shirt geliebt. Da haben wir dann drüber gesprochen und ich sagte, ja, geliebt. Nicht von irgendjemandem, sondern vom Schöpfer der Welt. Der liebt mich. Ein Wort gab das andere. Am Ende haben sie beiden sich bei mir bedankt, dass ich so freundlich zu ihnen gewesen bin. Sie scheinen öfters anderes zu erleben. Aber es ist nicht meine Art. Nur weil Menschen eine andere Meinung haben, ihnen sozusagen buchstäblich die Tür vor der Nase zuzuwerfen. Ich möchte gerne selbstfreundlich behandelt werden und deswegen möchte ich das auch bei anderen tun. Und als die Dankbarkeitsbotschafterin passt das natürlich auch zu mir, zu meinem Denken, zu dem, was ich weitergeben will. Dass jeder von uns die Welt auch ein kleines bisschen besser machen kann oder schöner. Besser machen nicht, aber schöner machen kann, wenn wir im Miteinander auch freundlich sind. Jetzt habe ich noch ganz neu ein T-Shirt in meiner Sammlung. Ganz frisch habe ich das aufgenommen sozusagen. Da steht drauf, dankbar und glücklich. Und ich bin dankbar und glücklich, dass es bei Adenauer & Co. genau so ein T-Shirt jetzt gibt, was mir als Dankbarkeitsbotschafterin im wahrsten Sinne des Wortes wie auf den Leib geschneidert ist. Dankbar und glücklich, so möchte ich durch die Welt gehen und andere anstecken damit, die Welt mit der Brille der Dankbarkeit zu sehen. Ich freue mich, wenn du nächsten Montag wieder einschaltest beim Montagsimpuls und ich wünsche dir eine super gute Woche.